Hallo, mein Name ist Frau Boos. Ich habe extra für meine Schüler für Schmuddelwetter was geschrieben zur Stimmungsaufhellung. So hört sich's an. Viel Spaß! Ergänzende Infos und Videos zu Grundlagen, um dieses Stück spielen zu können, findet ihr in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018